Unsere Leidenschaft – Architektur. Gegründet im Jahr 1992 von Claudia und Alois Grütter, wuchs die IGD Grütter AG vom kleinen Planungsbüro zur großen Totalunternehmung. Das sind Rahel und Felix. Sie haben einen Traum. Ihre eigenen vier Wände. Bei uns kommt alles aus einer Hand. Von der ersten Projektentwicklung bis zur fertigen Immobilie haben Sie als Kunde stets denselben Ansprechpartner. Rahel und Felix freuen sich auf ihren individuellen Wohntraum. In der Artec Holding, zu der auch die IGD Grütter AG gehört, arbeiten heute mehr als 80 Mitarbeitende. Und hier startet auch schon das Bauprojekt für Rahel und Felix. Wir überwachen den Bau vom ersten Spatenstich bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Bis heute durften wir über 10.000 Einzelprojekte realisieren. Wir arbeiten digital und mit modernster Infrastruktur. Die Digitalisierung ist bei uns nicht mehr wegzudenken. Wohnungsbauten sowie Wohnungen fürs Alter sind aber nicht unsere einzige Kompetenz. Auch im Gewerbe- und Industriebau sind wir stark. Ob Lagerhalle, Büro- oder Gewerbebauten sowie Arztpraxen – wir sind der Partner an Ihrer Seite. Wir lieben die Familienunternehmung und pflegen einen respektvollen Umgang untereinander. Auch unser Motivationscoach Pablo gehört zur IGD-Teamfamilie. Wir sind nicht nur ein Team, sondern auch Freunde. Selbst wenn unsere Architekten immer im Tischfußball gewinnen. Ihre Vision ist unsere Mission. In unserem Architekturbüro nimmt auch der Traum von Rahel und Felix immer mehr Gestalt an. Wir begleiten sie während der Bauphase und beraten sie in unseren Musterwohnungen in Dagmar Sellen. Hier können Sie die hochwertigen Materialien für Ihre Traumwohnung wählen. Bestimmt finden hier auch Rahel und Felix das Richtige. Wir sind stolz auf unsere realisierten Projekte und teilen unsere Erfahrungen gerne mit unseren Kunden. Der Traum von den eigenen vier Wänden wird für Rahel und Felix endlich wahr. Und Sie können den Schlüssel zu Ihrem Eigenheim entgegennehmen. Endlich angekommen in den eigenen vier Wänden. Dank IGD-Grütter AG sorgenfrei und mit dem Wissen, dass wir auch nach der Schlüsselübergabe mit unseren Dienstleistungen für Sie da sind. Architektur ist unsere Leidenschaft. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020